So geht E-Mail-Marketing im E-Commerce. Mein Name ist René Schoppe und ich bin der Inhaber der Agentur Outima. Und mit meinem Team bauen wir E-Mail-Marketing-Funnel und wir versenden mit unseren Kunden E-Mails. Wir bauen im Jahr über 1000 Funnel und versenden über 10 Millionen E-Mails. Und natürlich haben wir unter unseren Kunden auch sehr, sehr viele E-Commerce-Unternehmen. Und ich will dir heute einmal in Kurzform ein paar knackige Ideen zeigen, wie du im E-Commerce hochprofitable E-Mail-Funnel bauen kannst, die deine Kunden begeistern und deinen Umsatz steigern. Starten wir mit der Grundüberlegung. Welche Daten hast du denn eigentlich als E-Commerce-Store, wenn ein Kunde bei dir bestellt? Du hast Daten über den Kunden. Du weißt, wann er bestellt hat. Du weißt seinen Namen, du kennst die Adresse. Du kannst hier einiges damit machen. Du hast Daten über das Produkt, was er bestellt hat. Und kannst hier natürlich auch Automatisierung passend dazu machen. Und du hast die Daten über den Zeitpunkt, wann er dieses Produkt bestellt hat. Aus diesen drei Faktoren heraus kannst du jetzt unterschiedliche E-Mail-Automatisierung bauen. Du kannst natürlich, wenn der Kunde neu in deinem System ist, kannst du hier eine wunderbare Welcome-Serie machen, wo du sagst, willkommen in unserem neuen Shop. Und du kannst, ganz wichtig, die zweite Bestellung initiieren. Eine der wichtigsten Sachen im E-Commerce ist, dass der Kunde nicht nur einmal bestellt, sondern die kritische zweite Bestellung macht. Denn danach wird die dritte, vierte, fünfte erheblich einfacher. Du kannst beispielsweise auch Warenkorbabbrecher zurück in deinen Shop holen. Jemand hat etwas in den Warenkorb gepackt und nicht bestellt, schreib ihn doch über eine automatisierte E-Mail-Serie an, hol ihn zurück und schließe das Ganze ab. Du kannst anhand des Produktes, was der Kunde gekauft hat, auch sehr gute Dinge automatisieren. Beispielsweise könntest du ein Cross-Selling starten. Kunde hat Produkt A gekauft, Produkt B ergänzt das Produkt wunderbar. Also versende doch eine Kampagne, die Produkt B bewirbt. Ebenfalls eine Möglichkeit, um deinen Umsatz zu erhöhen, ist ein Upselling. Und hier spielt ganz doll auch der Zeitpunkt eine Rolle. Denn beim Upselling kannst du auch berücksichtigen, wenn ein Produkt verbraucht wurde. Vielleicht hast du Verbrauchsgüter, die getrunken, aufgebraucht werden etc. Dann kannst du den Kunden rechtzeitig daran erinnern, eine Folgebestellung zu machen. Oder das Produkt wird einfach nur alt. Auch hier ist der Zeitpunkt wieder der wichtige Faktor. Denn wenn ein Produkt beispielsweise zwei Jahre, drei Jahre alt ist und der Kunde hat ein Notebook gekauft, ein Fotoapparat etc., dann kannst du den Kunden hier gezielt anschreiben und sagen, Mensch, erneuer doch mal dein Gerät. Ebenfalls ein guter Zeitpunkt, um eine E-Mail zu schreiben, ist, wenn das Produkt Geburtstag hat. Wenn ein Kunde ein sehr teures Produkt gekauft hat bei dir im Shop und jetzt ist das Produkt über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus, wo du sagst, jetzt wäre wirklich der Punkt, es zu erneuern, dann kannst du dem Produkt zum Geburtstag gratulieren. Liebes Sofa, du wirst heute sieben Jahre alt. Ich glaube, deine beste Zeit ist hinter dir und vielleicht denkst du darüber nach, einen Nachfolger zu bestimmen. So könntest du eine E-Mail-Serie anfangen, um wieder das nächste Sofa passend zu verkaufen. Ebenfalls kannst du natürlich eine Bewertungsumfrage machen. Und die Bewertungsumfrage kannst du sowohl für den Shop als auch für das einzelne Produkt machen. Auch hier hast du Möglichkeiten, deutlich mehr Bewertungen für dich als Marke oder mehr Bewertungen direkt für deinen Shop zu bekommen. Und last but not least, auch ein sehr guter Moment, der zwischen dem Menschen und dem Zeitpunkt steht, ist eine Newsletter-Willkommenskampagne. Denn wenn ein Mensch sich in deine Newsletter einträgt, ist der perfekte Zeitpunkt, um über eine Welcome-Serie das Vertrauen aufzubauen, etwas über den User zu erfahren und dann eine passende Kampagne im Nachgang erst zu starten. E-Mail-Marketing ist im E-Commerce nicht mehr wegzudenken. Die meisten Online-Shops, die richtig erfolgreich sind, wissen es, dass E-Mail-Marketing nicht nur der profitabelste, sondern auch auf Dauer der wichtigste Kanal ist, um Kunden zu binden. Und falls du jetzt sagst, du hast in deinem Shop noch ein bisschen Luft nach oben, was E-Mail-Marketing angeht, lade ich dich ein, buch dir bei uns einmal eine Live-Demo. Wir zeigen dir, was könnten wir in deinem Shop per E-Mail-Marketing automatisieren, welche Kampagnen bringen dir welchen Umsatz und wie wird das Ganze für dich in der Praxis angesetzt. Den Link zur Live-Demo findest du direkt in der Beschreibung. Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen und sage jetzt schon mal, bis bald.